Möchten Sie auch herrliche Ofengerichte, Brötchen oder anderes zubereiten auf dem Campingplatz? Wählen Sie dann den Omnia Campingofen. Damit machen Sie die leckersten Gerichte ohne Extraofen. Hallo, ich bin Rosanne. Willkommen bei Oberlink. So gut wie alles, was Sie auch in einem herkömmlichen Ofen zubereiten können, können Sie auch in dem Omnia Campingofen zubereiten. Beispielsweise Aufläufe, Gratins, Lasagne, aber auch Brot oder Kuchen backen. Der Omnia Ofen besteht aus drei Teilen. Ein speziell geformtes Untergestell aus ostfreiem Stahl, einer Backform aus Aluminium und einem roten Deckel mit kleinen Ventilationslöchern. Diese Teile werden zusammen verwendet und sorgen für Unter- und Oberhitze. Wie bei einem normalen Backofen. Der Omnia kann auf allen Kochern verwendet werden, mit Ausnahme von Induktionsplatten. Zu dem Omnia Campingofen sind extra Accessoires erhältlich. Beispielsweise ein Ofenrost oder eine Silikonebackform. Vor Gebrauch sollten Sie die Aluminiumbackform gut einfetten. Setzen Sie den Omnia dann auf den Gasbrenner oder Herdblatt. Füllen Sie die Backform bis zur Hälfte mit Teig, der beim Backen aufgehen soll. Was nicht aufgeht, kann etwas höher eingefüllt werden, aber nicht höher als 2,5 cm unter dem Rand. Bei einer richtigen eingestellten Temperatur mit Hilfe eines Thermometers ist die Backzeit gleich wie bei einem herkömmlichen Backofen. Ohne Thermometer ist es etwas schwieriger und Sie müssen die Zeit schätzen. Da Kocher unterschiedliche Leistungsstärken haben, müssen Sie ein bisschen aufprobieren. Seien Sie vorsichtig mit den Temperaturen, denn es ist zu schnell zu heiß im Omnia Ofen. In der Gebrauchsanweisung finden Sie Tipps, wie Sie die richtige Temperatur finden. Dort finden Sie auch diverse Rezepte, um sich inspirieren zu lassen. Denn mit dem Omina können Sie viel mehr machen als nur einen einfachen Auflauf. Nehmen Sie den Omina Ofen von der Kochstelle, wenn das Gericht gar ist, und entfernen Sie den Deckel. Sonst wird der Backprozess fortgesetzt durch die Restwärme unter dem Deckel. Der Omina Ofen wird inklusive praktischer Tragetasche geliefert. Möchten Sie mehr wissen über den Omina Camping Ofen oder eines unserer anderen Produkte? Besuchen Sie uns dann in unserem Geschäft oder auf unserer Website oberlink.de. Möchten Sie noch mehr Videos sehen? Abonnieren Sie dann unseren YouTube-Kanal.